Aber ganz langsam. Eins, zwei, nicht lang. Raus. Das muss jetzt gesichtsschlagen, das ist nicht. Ganz locker. Eins, zwei, drei. Stehen. Langsam. Wichtig ist vor allen Dingen hier dieses Mitführen. Eins und dann und gehst aus dieser Position so, oder oben rein, je nachdem wie er steht. Und dann wieder ganz normal zurückgehen und stehen. Gehen wir hier. Noch einmal langsam. Eins, zwei, drei. Auch dieses Kursateln ist so wichtig. Ihr seht, dass wir immer bei der Grundtechnik ...